Das Grauen kommt nachts. Mein Gott, Charlie, bitte! Wagen Sie es ja nicht, meine Frau anzufassen, Sie pflegen! Nur, holen Sie dich zahlen! Zwei entflohene Sträflinge zerstören schlagartig das Glück einer heilen Familie. Für sie wird diese Nacht zu einem Albtraum. Was, wenn du das mal rauskommst! Wir sollen zum Direktor kommen, Mrs. Dean. Der Sheriff ist machtlos gegen diese beiden Verbrecher. Sie kennen keine Gnade, denn sie haben Rache geschworen. Es ist zu weit, Walter. Wir müssen dein Urteil vollstrecken. Ich muss sie leider liquidieren. Curfew! Der Wahnsinn bricht aus! Du hättest es umbringen können! Niemand kann sie aufhalten. Curfew! Die Schizophrenie! Der Tod kommt auf leisen Sohl. Wir geben euch 30 Sekunden, um rauszukommen. Jeder Widerstand ist zwecklos. Das Haus ist umstellt. Die Nacht wird sehr lang. Curfew! Der Irrsinn.